Marcel, dreimal bist du jetzt aufgestiegen mit Gladbach, mit Hertha jetzt natürlich und mit Augsburg. Welcher Aufstieg war denn der schwierigste? Es hatten alle ihre schweren Phasen durch die ganze Saison weg, aber ich würde behaupten, dass von Grund auf hier in Berlin es am schwersten war, von Beginn an. Wenn du jetzt, alle drei Aufstiege sind mit Jos Lugokai gemacht, du bist, ich nenne dich jetzt mal den Lieblingsspieler von Jos Lugokai. Was zeichnet ihn eigentlich aus? Weil alle sagen, der Aufstieg eigentlich der Vater des Erfolges ist Jos Lugokai. Ja, das kann man so sehen. Ich denke, dass auch gerade hier in Berlin viel Unruhe herrschte. Keiner wusste genau, wo es hingeht. Viele haben jetzt erwartet, dass ein Star-Trainer kommt, der wieder sehr polarisiert und waren dann mit der Entscheidung, dass man Jos Lugokai nach Berlin holt. Ja, ich glaube eher skeptisch dem Gegenüber. Und ja, er hat es, glaube ich, direkt wieder gezeigt. Er hat der Mannschaft den Druck weggenommen, hat auf seine Art und Weise, denke ich, viel polarisiert. Er hat viele, viele Fans gewonnen hier in Berlin. Ich denke, es war jetzt rückblickend auch für viele, die kritisch dem Gegenüber standen, doch genau die richtige Wahl. Und ich denke, durch seine Beständigkeit hat er den Verein wieder in die erste Liga geführt. Ich habe ja ab und zu mal beim Training zugeguckt. Dann gab es ja, glaube ich, das zweite Spiel gegen den FSV Frankfurt. Da hat er auch mal nach außen hin richtig Gas gegeben, hat die Mannschaft kritisiert. Brauchte die Mannschaft das? Ist er einfach so hart oder wollte er nach außen bloß ein bisschen Druck aufbauen? Nein, also ich war ja bedacht darauf, dass wir den Druck eigentlich nicht auf unseren Schultern tragen, der letztes Jahr noch irgendwie da war. Aber ich glaube, er hat auch mitbekommen, dass das noch nicht alles aus allen Köpfen raus ist. Und ich glaube, das war so ein kleiner Hallo-Wach-Effekt, den er, glaube ich, genau in einem richtigen Moment angesetzt hat und nicht zu lange damit gewartet hatte. Ich habe es gerade gesagt, du bist der Lieblingsspieler von Jos Luecke. Du warst in Gladbach mit dabei, du warst in Augsburg mit dabei, jetzt hier bei Hertha. Wie oft musst du dich denn mal in der Kabine ein bisschen verarschen lassen? Hm, der Liebling vom Trainer? Ja, das ein oder andere Mal kommt halt so der Spruch. Was machen wir heute? Du musst doch schon wissen. Und ja, oder was hat er denn beim Abendessen gesagt? Die spielen wir am Wochenende und sowas halt. Aber damit kann ich ganz gut umgehen. Ich denke, wenn die Leute die Sprüche halt hinterm Rücken machen, wäre es schlimmer, als wenn sie es vorne rum machen. Jetzt Hertha-Fans, die sind alle so ein bisschen sagen, vielleicht wird Hertha mal eine Fahrstuhlmannschaft. Das war schon der zweite Abstieg in kürzester Zeit. Kannst du den Hertha-Fans dann die Sorge ein bisschen nehmen, dass Hertha im nächsten Jahr sicher in der Liga bleibt? Du hast es ja mit Augsburg und Jos Luecke auch geschafft, die Liga zu halten. Ja, richtig. Also wichtig ist halt, dass man auch weiterhin daran glaubt, dass man das schafft und dass man das kann. Und ich glaube, dass man jetzt auch auf einen längeren Zeitraum hin planen kann und auch planen will. Und ich glaube, da ist Jos Luecke der richtige Trainer für. Und ja, wie gesagt, er bringt halt gewisse Ruhe rein, gewisse Beständigkeit. Und das ist, glaube ich, im Moment das, was zählt. Apropos Planen, wenn man den Zeitungen glauben kann, so oft kann man denen nicht glauben, dann sucht Hertha auf der rechten offensiven Seite eine Verstärkung. Hast du ein bisschen Angst, dass er in der nächsten Saison eventuell nur auf der Bank sitzt? Nee, davor habe ich keine Angst. Also es ist ganz legitim, dass man sich verstärkt und Alternativen sucht. Und wenn es jetzt die rechte Offensivposition ist, dann ist es, glaube ich, umso besser. Weil wir haben da jetzt in dem Sinne nur zwei, drei Leute gehabt und wir dafür sehr viel rotieren auch. Ich habe die Hälfte aller Spiele, habe ich jetzt auf der rechten Verteidigerposition gespielt. Und ich glaube, dass wir dahingehend dann halt keine Verstärkung holen rechts hinten, sondern dann auch wirklich ausgewogene und ausgeglichene Spieler haben, die die komplette rechte Seite bespielen können. Also Hertha bleibt in der ersten Liga und du machst mindestens 33 Spiele nächste Saison. Das wäre natürlich das Optimum. Und dass wir dann natürlich versuchen, noch weiter zu denken, kommt auch noch hinzu. Alles klar, danke dir. Danke auch. Danke. 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 Danke.